Brennstoffzelle Wohlfühlwärme durch kalte Explosion So funktioniert die Brennstoffzelle. Brennstoffzellenheizgeräte machen sich ein sehr simples Prinzip zunutze, das fast jeder aus dem Chemieunterricht in der Schule kennt. Die Elektrolyse, nur auf umgekehrte Weise. Denn Wasserstoff hat die natürliche Eigenschaft, von sich aus zusammen mit Sauerstoff wieder zu Wasser reagieren zu wollen. Unter kontrollierten Bedingungen kommt es ohne externe Energiezufuhr zu einer Knallgasreaktion. Dieser Vorgang wird als kalte Verbrennung bezeichnet. Hierbei entsteht elektrische Energie und Wärme. So funktioniert die Brennstoffzelle. Eine Brennstoffzelle besteht aus zwei Elektroden, der Anode, Minuspol, und der Kathode, Pluspol. Sie sind getrennt durch den Elektrolyt mit einer festen, ionendurchlässigen Membran. Jeder der Elektroden ist mit einem Katalysator beschichtet, zum Beispiel Nickel oder Platin. Nachdem Wasserstoff der Anode zugeführt wurde, teilt er sich in Elektronen und Protonen. Die freien Elektronen werden als brauchbarer elektrischer Strom durch den äußeren Kreislauf genutzt. Die Protonen breiten sich durch den Elektrolyt zur Kathode aus. An der Kathode verbindet sich der Sauerstoff aus der Luft mit Elektronen aus dem äußeren Kreislauf und Protonen. Gemeinsam ergeben sie Wasser und Wärme. Zwischen Kathode und Anode kann sich nun eine Spannung aufbauen. Verbindet man beide Elektroden miteinander, fließen die Elektronen von der Anode zur Kathode und liefern so Antriebsenergie. Die Reaktionswärme kann zusätzlich zum Heizen genutzt werden, Wasserstoff kann direkt zugeführt werden oder auch Erdgas mit einem vorgeschalteten Reformer. Brennstoffzellenheizgeräte sollten in Kombination mit einem Pufferspeicher betrieben werden. So kann auch bei höherem Heiz- und Warmwasserbedarf über einen längeren Zeitraum eine gleichmäßige Wärmeerzeugung garantiert werden. Zudem wird häufiges Ein- und Ausschalten des Geräts vermieden. Das ist vor allem für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit Brennstoffzellen wichtig, da diese eine längere Anlaufphase haben und im Dauerbetrieb Strom erzeugen sollen. Die Wärme, welche bei der Stromerzeugung im Verbrennungsmotor entsteht, wird über einen Wärmetauscher ausgekoppelt und für Heizung und Warmwasserbereitung verwendet. Diese optimierte Nutzung der Abgaswärme trägt zur hohen Effizienz der Kraft-Wärme-Kopplung bei. Die eingesetzte Energie wird doppelt genutzt, wodurch sehr hohe Wirkungsgrade von bis zu 90% des Gesamtsystems erreicht werden können.